ich hab den preis bekommen oh hey alle die denken die könnten mich schlagen liegen fallen ich schlage mich selber hey und meine lieben freunde willkommen zu einem neuen video und ja ich esse gerade ein chip und mit dabei ist der rageboy tv hier und ja wir sitzen gerade in Röhlak nebeneinander weil keine Ahnung er nimmt auf und ich nehme auf ich mach mein allererstes Video dabei für meinen Kanal für mich ich wollte einfach nur dafür sorgen dass noch mal eine Aufnahme hier auf den Kanal kommt kommt hier nach oben noch nein ich dachte einfach so ja der ist doch eh schlecht in pvp das deswegen habe ich jumpdown oh nein hier kommt doch pvp get down dann kommt anscheinend doch ein pvp dann werdet ihr sehen mich gut du mich du mich das kommt oh feld alle die denken die hat mich schlagen liegen fünftiger ich schlage mich selber das nirgendwo 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 der ganze Zeit dafür ein paar die schweilt das der macht wäre hier es gibt einmal eine weh die formale unter ich versuche nur noch Leute, man dass sich schuft, aber das klappt nicht! Ich kalt gerade wie ein Verrugter nach der Chiff Tüte, weil ich fett werden will. Ich bin fett. Ich bin fett. Ich bin fett. Beine Mama. Ah, ich sehe schlauzen. Ich spreche dich, ich spreche dich. Hab dich gerecht. Wie recht? Ja, hab ich runtergeschüttelt. Ich habe mich runtergeschüttelt. Juhu, kein Faschaden bekommen. Ja, schreit doch nicht so, bei dir ist das üblich laut. Äh, oh Gott. Bei mir wird kommen die Welt geladen. Ich kann dir auch verliebt. Oh, ups. Du nicht? Ich dich. Du Sack. Keine Ausdruck nennen hier. War keine Ausdruck, die war eine Tatsache. Hier, welche Beleidigung braucht dazu. Das war Fahne. Weil deine Mama, ne? Ja, weil meine... Weil ich du baue. Sagt dazu nur. Boah, ich bekomme gerade mit keinem Nachricht. Ist ja insider mit, also... Wunder euch nicht. So erfahrene Profis fällt mir mit. Ja, also... Also, also musst du dann deswegen ja nicht können. Kennen dürfen eigentlich. Wenn du hinter mir bist. Ich hab's zu sehen. Ich, äh... Ne, ne. Ich hab grad 5 FPS. Kommst du grad davon? Alter. Also ich? Ne, ne, ne. Ich, ich nicht. Nein. Kommst du denn da drauf? Ich bin ganz brav. Nein, ich komm auf den Blog nicht. Lucky Resistance. Yeah. Ja. Bist du? Ich bin ein Affe. Ich springe Baum zu Baum. Oh, ich bin tot. Ich hab zu viel gesprungen. Zu viel gehackt. Ich bin... das ist ein Irrenseiter-Witz Ja, ein Irrenseiter-Witz Das ist doch so echt so warm Wie viel sind denn da von denen? Jaaaaah Ach du Scheiße! Nein, wie viele? Oh nein! Ich war runter, da waren locker 8 Ja ist ohne! Ja ist ohne! Hast du mir gefallen? Nein! Nein! Ich hab jetzt noch ein halbes Herz noch Wir sind voll der Gangster, ne? Von die Blöcke stehen da, wo man sie überhaupt nicht bekommen kann Man klar kann man wieder bekommen Man muss nur richtig springen Das ist geil Guckst du hin? Ja Hey, nicht für Ausdruck! Und jetzt bist du eigentlich ArtPVP Hast du dann auch auf Skype geguckt? Ja, ich hab immer auf Skype Ja, das ist alles hinterher auch damit du Spacko Ja, kann ich nichts für Na, wenn du grad da hinkommst Nein! Ich bin hier unten Nein! Boah! Lebe noch! Ich lebe noch! Ich lebe noch! Oh je, ich seh's! Nein! Oh, ich bin auch grad Stochen Hä? Aha! Oh, Mama! Wer hinter dir ist? Äh, ich? Ne? Na ja, jetzt bin ich schon tot, also In den kann man echt nicht spielen Das ist einfach nur zu schlecht für diese Welt Mhm, dort ist ein Kreuzblock, den wo du spielst Das pop an! Schau da, ob sie nicht mehr bekommen Schlecht Ja, ich bin da drauf gesprungen Und ganz oben Woah Okay, ich erlaubs dir Äh, einmal zu mir zu sagen, ich wär schlecht Du bist ja auch schlecht Nein! Ja, jetzt hat er mein Kreuzblock Und hier hab ich runtergekickt Ich werde dein Leben aufspielen und dich umbringen Wieso kann ich nicht jetzt schlagen? Ach, Mann, oh Oh, vorbei Okay, ja Wie viele? Quatsch ja 127 Ja, das ist mal wieder 127? Ich muss wohl anfangen, ne? 149 Oh, wie viel genug? 30 Münzen Na, hol ich noch mal ne Hose Ich kann mir noch nicht mal ne Helm leisten Echt? Was die alles so viel Ich hab nur die Remy ist so teuer Ist so Alles wird zu teuer Hier ist voll über Teuer Alles, ey Das kann ich nicht kennen Mensch leichts, ne? Mhm Okay, ich hab mir, äh Äh, ein Holzschwert Eine Läden Eine Diamant Yo! Du hast eine Diamant-Rose? Ich hab eine Hose Ich hab eine Hose, wollen wir nicht Die Hose Ja Und ein Holzschwert Und ein Holzschwert Und ein Holzschwert Und hat das 90 Coins? Ich hatte 127 Coins Ich hatte 127 Coins Und wie viel hast Was für ein Schwert hast du? Wo ist das? Da ist einer gewesen Da ist einer gewesen Äh, 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 wo bist du? Ich will nicht machen, den Bucherlp Übrigens, dein Kanal ist auch wieder der Videobeschreibung dabei Mhm, schon Ich bin's da Ich brauch keine Werbung für mich Yo! Overpowered, Alter Der hat alles Der hat alles Tod Nein! Ich auch nicht Okay Noob sagt mir keine Chance Hey, steh keine Chance Schreib's mir in die Kontakte Da ist die Tate Ja, der hat ja alles Ja! Und ein ein-Geschwert Mhm? Wer hat sich gekillt? Einer hat beim montjochwert Mh, äh, mit dem Pfeil Echt jetzt? Nein, dieser eine Thea Typ, der Äh, Enkrian Guck mal Äh, der hat voll Diya Der hat mich auch gekillt die hat der Klinik nicht gekillt doch da wurde von Englern getötet ich bin heute von der Klinik Klinik die Welt das bleibt ich bin gut und das bleibt und dort so beurteilen naja weiß buch ein Klinik vorhanden ja so wie gut die Frauenbuchheit ja ich würde aber sagen Ich mach die Abschlussmoderation, du kannst es ja nicht, du Noob. Du YouTube Noob. Sein Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Alle Links zu unseren Social Media Netzwerken sind in der Videobeschreibung. Und ja, das war's von uns. Macht's gut. Wir sehen uns bald wieder. Ciao! Bis zum nächsten Mal.